Ist mal wieder Robert Pattinson. Na, ihn haben wir aber schon lange nicht mehr gesehen. Seine kreischenden Fans begrüßen den ewigen Twilight-Star am Abend auf der Berlinale auf jeden Fall feierlich. Oh Gott, mein Herz, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Aber warum kreischen die denn immer so, wie hier bei der Premiere seines neuen Films, Die versunkene Stadt Z? Weil ich etwas Geheimnisvolles Böses habe. Nun ja, ab Ende März ist Bad Boy Pattinson jedenfalls wieder im Kino zu sehen.